Ja, herzlich willkommen zurück auf dem Femm Channel. Gleich lässt die Femm ein wenig die Hosen runter, denn Jenny wird gleich ein paar Vorfälle im Femmnet vorstellen, wo unsere Systeme, von denen wir eigentlich dachten, dass sie hochverfügbar waren, es dann am Ende vielleicht doch nicht ganz so war. Für diesen Talk wird es leider kein Q&A geben und auch später keine Breakout-Session, aber vielleicht sieht man sich ja mal später in der Welt. Jenny hat halt leider im Moment keine Zeit, denn auch sie ist heute hier im Studio stark beschäftigt. Ja, this talk will also be translated into the English language. If you want to hear the English translation, please select the translated audio stream in the web player. Und nun wünsche ich viel Spaß mit Das ist doch HA! Hallo, ich bin Jenny und ich werde euch heute etwas über High-Availability-Konstrukte erzählen, die sich im Endeffekt aus lustigen Gründen als vielleicht doch nicht so HA herausgestellt haben. Erstmal ganz kurz werdet ihr euch fragen, wer ist denn Jenny? Ja, ich bin eine Informatikstudentin an der TU Imina seit 2017 und ebenfalls bin ich seit 2017 im Ressort Technik der Femm aktiv. Und dort betreue ich auch einige Software-Klumpen im Femmnet. Ja, hier noch so ein bisschen Social Media und Kontakt, meine E-Mail-Adresse, mein Mastodon, mein Twitter, GitHub, wer wissen möchte, was ich so tue, da könnte man es herausfinden. Ja, erstmal ein kurzer Ausblick, das eben war die Einführung, jetzt werde ich euch gleich noch die Motivation erklären, weshalb wir diesen Spaß hier überhaupt machen. Und dann werden wir uns einige Gründe für das Auseinanderfallen von HA-Konstrukten angucken. Genau, erstmal, warum machen wir denn das eigentlich? Bei der Femm gibt es sehr viele große, teils selbstgebaute Softwarekonstrukte und diese sind an einigen Stellen deutlich komplizierter gebaut, als sie sein müssten. Und deshalb fallen sie häufig aus lustigen oder auch traurigen Gründen, wie man sieht, auseinander. Und heute wollen wir uns die Gründe für diese lustigen oder traurigen Gründe einmal anschauen. Ja, fangen wir erstmal an mit etwas, wo ich eher weniger Berührungspunkte mit habe, und zwar ist mit unserem Femm Jitsi. Und zwar betreibt die Femm schon seit vor Corona-Zeiten eine Jitsi-Instanz. Das war damals nur eine einzelne VM, aber als Corona anfing und alles auf online verschoben wurde und halt der Bedarf da war, ein Jitsi zu haben, musste das Jitsi ausgebaut werden. Und das wurde entsprechend auch getan. Dann gab es eine Master-VM, welche von Welt aus erreichbar ist und N verschiedene Videobridges, die dahinter hingen und halt vom Master gesteuert worden sind. Und die Master-VM hatte die Public-LPs, also V4 und V6, der alten Standalone-VM übernommen und die alte Standalone-VM wurde abgeschaltet. Jetzt gab es dann jedoch ein kleines Problem, wenn wir uns mal die Konfiguration im Proxmox der alten Standalone-VM angucken. Da sehen wir hier sehr schön, dass Start-Adboot vergessen wurde, abzuschalten, weil dieser VM, die inaktiv war. Und ja, das hat dann bei einem Proxmox-Update für Probleme geführt. Und zwar als wir den Node rebooted haben, war die VM dann auch wieder an hinterher und hat sich auch ihre statisch konfigurierte IP wiedergeholt, die jedoch auch am anderen Master anlag. Das hat jetzt dafür geführt, dass das Jitsi so halb kaputt war, weil wir zwei Master mit der gleichen IP hatten, wovon einer auch noch halb kaputt war, weil laut Angaben war die alte Standalone-VM sowieso. Und was spannend ist, das Jitsi war aber trotzdem größtenteils noch verwendbar. Also man konnte Konferenzen haben, manchmal haben sich Leute nicht gehört, manchmal konnten sich Leute nicht verbinden, whatever. Und man hat sich gefragt, woran lag es. Laut Angaben unserer Jitsi-Admins konnte man sich auch wunderbar hin-SSR. Und das hat zwar hier und da ein bisschen geleckt, aber es ging noch. Naja, jedenfalls als dann die alte Master-VM ausgeschaltet wurde, ging wieder alles wunderbar dann. Genau, dann jetzt etwas, wo ich doch etwas mehr Berührungspunkte zu habe, Web 1. Und zwar, wenn ich jetzt mal fragen, was ist denn das? Ja, das Web 1 ist das Web-Cluster der FEMM und das wird unter anderem von mir betreut. Und es wird größtenteils benutzt, um Web-Posting für uns, also für die FEMM zu machen, aber auch für andere Vereine und Gremien auf dem Campus, also an der Uni. Und wir machen da dann praktisch Shared Hosting für die. Und da sich sehr viele Institutionen, halt auch wir, auf dieses Web-Cluster verlassen, wurde bei der Entwicklung auch sehr viel auf Hochverfügbarkeit des Clusters geachtet. Genau, da habe ich dann hier einmal eine Skizze von Web 1, wurde von dem lieben Nex aus unserem Verein einmal für LaTeX gezeichnet. Danke an dieser Stelle an Nex. Und ja, einmal nur ganz kurz, wie dieses Konstrukt aufgebaut ist. Wir haben ganz oben den Load Balancer. Das sind zwei Nodes, die sich eine HA-IP hin- und herschieben und zusätzlich auch Port 22 an Web 1 Managed vorworten, damit sich die Leute, die unser Web-Cluster verwenden, per SFTP einloggen können. Ja, genau. Und dann der jeweils aktive Load Balancer vorwortet dann halt die Requests an jeweils die Web-Nodes. Davon haben wir pro PHP-Version zwei verschiedene Web-Nodes, die dann halt da sind. Also aktuell sind es halt zwei für PHP 7.1, zwei für 7.0, zwei für 5.6. Ja, das ist veraltet, aber wird auch demnächst noch alles neu gebaut. Das habe ich halt so übernommen, wie es ist. Und ich betreue es eigentlich nur. Ich habe es nicht gebaut. Genau, zusätzlich können die PHP-Anwendungen auf den Web-Nodes noch auf MySQL zugreifen oder auf Postgres, je nachdem, wie sie es brauchen. MySQL 2, das ist unser MySQL-Cluster, besteht aus MariaDB mit einer Master-Master-Replikation, bestehend aus zwei Nodes. Also auch hier haben wir HA und PKS-QL 2. Das habe ich tatsächlich selbst gebaut. Das ist die einzige Komponente von mir hier, die ich selbst gebaut habe. Da haben wir drei Nodes, die in einem Hot-Standby sind. Also das ist ein Postgres 13 mit Hot-Standby über Web-Manager. Also hierbei haben wir auch High-Availability. Genau, und die ganzen Web-Nodes greifen über NFS auf die Dateien zu, die auf HA-Storage 1 liegen. Also da liegen die ganzen PHP-Skripte, HTML, whatever. Was halt so eine Webseite so braucht zum Existieren. Und diese Dateien, die da liegen, die können über dieser NFS-Mount, ist auch auf Web1-Manage eingehangen, damit sich die Leute, die sich per SFTP eingeloggt haben, auf ihre Dateien zugreifen können und die Web-Space entsprechend ändern können. Die Authentifizierung passiert dann gegen MySQL 2 über PAM MySQL, über die personengebundenen MySQL-Logins der Personen. Einfach nur mit dem Hintergrund, dass wir da nicht so viele Logins pflegen müssen. Dann haben wir das einfach vereinfacht. Ja genau, aber jetzt sehen wir hier HA-Storage 1. Das steht ja so ganz alleine da. Da hat sie jetzt nichts zu gesagt. Wird das ein Grund haben, weshalb das kein HA hat? Und ja, das hat einen Grund. Und zwar, das war mal als HA-Storage geplant, ganz damals. Das sollte mit Gluster-FS umgesetzt werden. Aber da hat man dann festgestellt, dass das doof und langsam ist. Und viele Gründe, war weit vor meiner Zeit, wurde mir nur so überliefert. Und deshalb wurde dieser Ansatz dann wieder verworfen. Und jetzt ist es dann nur noch ein Node, der den NFS-Share anbietet. Und wenn der Node aus ist, sind sämtliche PHP-Scripts weg und auch statisch HTML-Dateien und alle Webseiten sind aus. Und ja, damit ist dann praktisch Web1 kaputt. Und da sieht man wieder, es wird so viel auf A geachtet und diese eine Komponente, ja. Aber ein Lichtblick ist zu sehen, es wurde bereits ein HA-Storage 2 gebaut und da haben wir dann tatsächlich HA mittels DABD. Was denn DABD genau ist, da kommen wir gleich zu bei dem nächsten Software-Klumpen, den wir uns mal anschauen werden. Und zwar ist unserer allseits geliebten Admin-DB. Jetzt werden sich außenstehende Menschen fragen, was ist denn eine Admin-DB? Ja, also grob gesagt ist die Admin-DB die Mitgliedsdatenbank der FEM. Das klingt erstmal unschuldig und lieb und nett. Und ja, das Ding wird unter anderem auch von mir betreut. Aber auch hier der Disclaimer, ich habe das Ding nicht gebaut. Ich halte es nur am Leben und der Wicke ist hier und da etwas weiter. Und ja, verwaltet alle Geräte im FEM-Net und konfiguriert auch die Switche. Also unsere Mitglieder haben Geräte, die müssen die bei uns anmelden und das hat den Grund, weil die Uni, von der wir das Netz bekommen, die möchte zum einen wissen, welche Geräte sich hier in ihrem Netz tummeln und zweitens dürfen nur Universitätsangehörige, die die Nutzungsbedingungen des RZ unterschrieben haben, unser Netz benutzen. Ja, und deshalb müssen sich die Leute anmelden und die Geräte der Mitglieder kriegen auch statische IPs zugeordnet, Public IPs, damit man in den Viewsfällen weiß, wer wann was getan hat. Genau. Und dafür konfiguriert die Admin-DB auch den DNS, den DHCP-Server und setzt bei Belieben auch DNS-Rekords auf die IPs, die die Mitglieder haben, damit sie sich selber DNS klicken können bei uns intern. Genau. Dann hier einmal eine sehr stark vereinfachte Struktur der Admin-DB. Da habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht, wie ich das hier euch ordentlich erklären kann. Und zwar ist das hier der Admin-DB-2-DB. Das ist die zentrale Postgres-Datenbank der Admin-DB und ist auch hier ein Hot-Standby-Konstrukt, bestehend aus zwei Mastern, die Hot-Standby mittels DABD machen und zwei Slaves, die halt immer Slaves sind. Und einer davon spielt auch Arbiter für die HAIP, die an dem aktiven Master anliegt. Und ja, das ist halt hier so realisiert, dass das DABD, also dass die Postgres-Daten auf einem DABD liegen. DABD ist praktisch ein Web-1, ein Wait-1 über das Netzwerk. Und das kann halt nur auf einem Node gleichzeitig aktiv sein. Und ja, das ist tatsächlich eine von Postgres empfohlene Möglichkeit, Hot-Standby zu realisieren. Also das Verzeichnis, weil Postgres liegt auf einem solchen DABD-Block-Device. Und das wird halt repliziert. Und auf dem, der halt gerade die HAIP hat, wird das Block-Device auf Primary gesetzt. Das Ding wird gemountet, Postgres wird gestartet, HAIP hingeschoben und ja, dann ist der Primary. Genau. Und dass das jedoch nicht so gut klappt, da werden wir gleich nochmal zu kommen in manchen Situationen. Genau, dann einmal ganz kurz der admin.db2-Web. Das ist unser Web-Frontend für die admin.db, bestehend aus zwei Nodes und einem Arbitr einfach nur. Also das ist auch Hot-Standby. Also was heißt Hot-Standby? Die sind beide immer aktiv, aber eine hat halt hier HAIP. Und ja, das ist einfach nur das Web-Frontend, um die admin.db zu verwalten. Genau, dann haben wir admin.db2-Radius. Das sind zwei immer aktive Free-Radius-Server. Gegen welche sich unsere Switche und das WLAN im Femnet authentifizieren. Und diese Authentifizierung wird dann halt weitergegeben ans SQL. Also der Radius-Server guckt dann beispielsweise da auf MAC-Adresse XY an Switchboard Z. gerade das Internet benutzt und welches VLAN kriegt, bla. Solche Sachen, genau. Dann sieht man hier auch, die Switche werden konfiguriert von admin.db2-Ext. Jetzt fragt man sich, wofür steht denn Ext? Alles andere sind sehr eindeutige Begriffe. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Aber laut unserem Wiki laufen da die Hintergrunddienste. Also denke ich mal, es wird für sowas wie Extra stehen. Und da laufen halt solche Dinge wie unser db2-Switch beispielsweise, was die Switche vollautomatisch per SSH konfiguriert, um Dinge einzurichten, die nicht per Radius eingerichtet werden können. Das sind zum Beispiel Tech-Foul-Hands anlegen oder ähnliches. Oder PoE-Anschalten auf manchen Switchboards. Die werden halt darüber dann vollautomatisch verwaltet, genau. Und zusätzlich ist das Ding auch noch der primäre DNS-Server für alle unsere internen Zonen, die wir bei uns im Netz haben. Und ja, genau. Das ist dann halt ein Power-DNS, der sich dann per Postgres, weil Power-DNS kann sich aus SQL eine Zone definieren. Und das holt er sich halt aus unserer Postgres-Datenbank. Und ja, hier haben wir einfach wieder zwei Nodes, auch mit einem Arbiter-Node, die sich die Dienste einfach teilen. Also auf manchen Dingen laufen halt manche Dinge. Auf einem läuft beispielsweise das db2-Switch, auf einem läuft der Power-DNS, whatever. Genau. Dann haben wir admin-db2-DNS. Das sind unsere sekundären DNS-Server, also unsere DNS-Slaves für unsere internen Zonen und zusätzlich die DNS-Resolver für alle unsere Clients. Also unsere Clients kriegen per DHCP diese DNS-Server ausgeteilt. Es sind auch wieder zwei Server, die sich eigentlich nur, das HA ist hierfür da, um die IP von dem einen Server auch noch an den anderen zu schieben, falls er aus ist, damit beide DNS-Ips in jedem Fall erreichbar sind. Und ja, auch hier haben wir wieder einen Arbiter. Und ja, die Clients kriegen dann, wie gesagt, vom DHCP, wo wir jetzt zukommen, ihre IPs. Und ja, der ist auch wieder Full-HA. Das ist heutzutage, sind es zwei loadbalancende DHCP-Server, die halt in unterschiedlichen VLANs hängen. Beispielsweise Node.1 hängt jetzt in VLAN 1 bis 3, Node.2 hängt in VLAN 4 bis 6 und da spielt die halt DHCP-Server. Ihre Config holen die sich auch aus der Admin-DB, da gibt es Skripte, die Templating-Magie machen und ja, zusätzlich sieht man dann auch hier diesen Fall, das ist das Arb-Watch. Und was genau das ist, da kommen wir dann später nochmal zu. Aber es sei nur schon mal angemerkt. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu einigen Problemen, die bei diesem eventuell doch leicht over-ingenierten Design auftreten können. Und zwar erst mal zu Admin-DB 2-DB. Wie gesagt, zentrale Postgres-Datenbank und damit das Herzstück unserer Admin-DB und HA mittels Hot-Standby über DRBD. Und ja, wie eben schon erwähnt, nur der aktuelle Primary-Node hat das DRBD mit den Postgres-Daten gemountet. Und das Problem ist oder war gewesen, mittlerweile ist das Problem, beim Stoppen möchte Postgres unbedingt noch auf die Festplatte schreiben mit Ich bin jetzt gestoppt, ich bin ordentlich heruntergefahren. Und jedoch ist dann das Problem, dass bevor das passiert ist, hatte das DRBD in den meisten Fällen schon den Failover zum anderen Node gemacht, als das Postgres hatte sein Dateisystem nicht mehr und konnte nicht mehr den letzten Satz hinschreiben mit Ich hatte jetzt einen ordentlichen Shutdown. Und ja, wie gesagt, der alte Node konnte nicht mehr Ich bin gestoppt schreiben. Der neue Node konnte nicht mehr starten, da Postgres ja anscheinend nicht ordentlich gestoppt wurde und dann war er traurig. Und dann war die Abmeldung kaputt und dann war es dann kaputt. Also so komplett. Das bröselt dann nach und nach. Die Radioserver haben noch ein bisschen ihren Cache, aber der DHCP kann seine Config nicht mehr regenerieren. Im WLAN kann man sich gar nicht mehr anmelden, weil auch über den Radios kommen die PSKs für das WLAN. Und ganz schwierig. Und im Großen und Ganzen ist dann nach und nach immer das Netz kaputt, wenn wir solche kleinen Spielereien haben. Genau. Dann noch eine kleine Eskapade mit unserer Datenbank. Und zwar ist so eine kleine Eigenheit bei uns. Man redet nicht direkt mit den SQL-Tabellen, sondern ausschließlich mit SQL-Funktionen. Ja, das hat den Hintergrund, dass damit sowohl Berechtigungen überprüft werden können. Also wir haben ein einfaches baumartiges Berechtigungssystem und man loggt sich mit seinem Postgres-Benutzer. Malen und die Funktionen gucken dann Dorf, Person, XY über die Rollen, die sie hat, diese Funktion ausführen. Aber zum anderen können auch Zugriffe auf teils sehr empfindliche Mitgliedsdaten gelockt werden. Also die Intention ist schon richtig. Genau. Jedoch wollen wir natürlich auch innerhalb von Transaktionen loggen und die Logs von Transaktionen sollen nicht bei einer abgebrochenen Transaktion verschwinden. Sonst könnte man ja beispielsweise sagen, ja, ich mache jetzt ganz schlimme, illegale Sachen. Ich gucke mir Dinge an, die ich nicht angucken darf und dann breche ich die Transaktionen ab und dann sind die Logs weg, die in der Zwischenzeit geschrieben worden sind. Und deshalb, das kann man sich jetzt überlegen, wie man das findet. Also da kann jetzt hier das seine eigene Meinung zu haben. Aber wir realisieren das Logging deshalb durch eine Postgres-Funktion, die in Python geschrieben wurde und in eine MongoDB-Log. Wie gesagt, kann sich jeder dazu denken, wie intuitiv oder nicht man das findet. Ja. Genau. Dafür läuft auf beiden DB-Mastern jedenfalls eine replizierte MongoDB und in diese werden die Logs dann noch reingeschrieben. Ja. Und jetzt habe ich dann hier mal einen kleinen Code-Ausschnitt mitgebracht und zwar ist von admin.db-Log. Die habe ich ein kleines bisschen modifiziert dafür, aber eigentlich ist diese Stelle hier nur das Interessante. Und ich hoffe mal, dass man das auch erklingt kann im Vortrag. Ich habe die Zeile hier etwas umgebrochen. Normalerweise wäre das bis hierhin eine Zeile gewesen. Jedenfalls, was man hier sieht, baut zum Loggen eine Verbindung auf zum MongoDB auf admin.db2.db Master 1 oder auf Master 1. Ja. Das hat dann jetzt den tollen Effekt gehabt, als wir mal den VM-Host aus hatten, auf dem Master 1 lief und die VM wirklich auch aus war, wo Master 1 drauf war, habe ich festgestellt, hm, Master 2 läuft. Die Postgres-Ter hatten wir im Primary. Für hier war alles geklappt. Die hat sich ihre IP geholfen. Aber man kann gar keine Funktion ausführen, weil das Logging nicht geht. Da habe ich mal nachgeguckt und habe hier im Code gesehen, oh, das ist ja doof. Du loggst entweder auf den Node oder auf nochmal den gleichen Node. Ja, dieser kleine Fauxpas ließ sich dann jedoch relativ einfach beheben, dass ich aus einer dieser Einsen eine 2 gemacht habe und oh Wunder es gegen. Denn wenn nichts gelockt werden kann, selbst das Generieren der DHCP-Config wird gelockt, legt das auch so ziemlich das gesamte FemNet lahm. Also, die alte DHCP-Config besteht dann noch bis auf Weiteres, aber DHCP-Updates und Ähnliches können nicht eingespielt werden. Und das macht das FemNet in diesem Fall auch kaputt. Also hier ist das HA dann auch wieder ein gutes Stück auseinandergefallen. Genau, dann noch eine nächste Komponente, die hier ab und zu mal kaputt geht und zwar ist unser schöner DHCP-Server. Und zwar das kabelgebundene Gerät bei uns im FemNet bekommen Public IPv4-Adressen, damit sie nicht durch den NUT müssen, weil wenn man sich per Kabel ansteckt hat, war bei uns in der Regel mindestens Gigabit. Und Gigabit zu NATEN auf mehrere Leute macht ab einer gewissen Stelle keinen Spaß mehr und deshalb hat man da halt Public IPv4-Adressen. Genau, aber hier haben wir nicht allzu viele IPv4-Adressen und zusätzlich werden die IPs den Macs jeweils statisch zugewiesen, aus eben genannten Gründen der Nachvollziehbarkeit und damit wir bei In-App-Use-Fällen wissen, wer, wann, welche IP hatte. Genau, aber wir möchten jetzt auch, dass es möglich ist, wenn eine IP freigegeben wurde, dass diese möglichst schnell wieder alloziiert werden kann. Und deshalb haben wir eine Lease-Lifetime im FemNet von 5 Minuten. Und jetzt haben wir hier doch auch so um die 5000 Geräte bei uns im FemNet. Das bedeutet, jedes dieser 5000 Geräte, wenn sie dann gleich, immer angenommen, gleichzeitig aktiv sein sollten, kommt zum DHCP-Server und fragt alle 5 Minuten an, ob seine IP-Adresse noch gültig ist. Der DHCP-Server hat dadurch sehr viel Spaß. Und ja, zusätzlich zum normalen DHCP hat der DHCP-Server nun jedoch auch noch die Aufgabe, das eben schon erwähnte sogenannte ARP-Watch auf admin.db.2.ext zu befüttern. Und erstmal, was ist ARP-Watch? ARP-Watch lauscht in jedem VLAN auf ARP und guckt, ob jede IP auch bei der Mac ist, bei der sie eigentlich sein sollte. Und der DHCP-Server sagt dem ARP-Watch dann, welche IP er an welche Mac vergeben hat. Das läuft so ab, indem bei jedem DHCP-Acknowledgement, also wenn das DHCP komplett durch ist, wird ein Perl-Skript aufgerufen, welches in ein Redis auf admin.db.x schreibt, ich habe jetzt dieser Mac diese IP gegeben zu diesem Zeitpunkt. Kann man sich wieder darüber streiten, wie sinnvoll das ist und wie nicht sinnvoll das ist. Und ja. Jedenfalls schreibt einem dieses wunderschöne ARP-Watch-Skript auch eine E-Mail, wenn es eine IP findet, die an einer nicht bösen Mac ist, die an einer Mac ist, die er nicht kennt. Und es kommen sehr viele E-Mails, so viel sei schon einmal gesagt. Genau. Das sorgt dann aber dafür, dass der DHCP-Server alle fünf Minuten pro Gerät einen neuen Lease verteilen muss und auch gleichzeitig noch dem ARP-Watch Bescheid sagen muss. Und damals war es so, das ist heute nicht mehr so, deshalb hatte ich es auch eben entsprechend erklärt, wie es heute ist in unserem Konstrukt. Das war ein einzelner ISC DHCP-Server, wobei ein Prozess für alle V-Lands zuständig war. Also da war praktisch das DHCP-Konstrukt, das waren auch die zwei Nodes, aber das war auch so als Hot Standby zu verstehen. Es war wirklich, nur einer war aktiv und einer war mit einem Prozess für alle V-Lands zuständig. Und tja, zu Stoßzeiten hatte der DHCP dann manchmal keine Lust mehr gehabt, weil es halt einfach in die Knie gegangen von der Last. Und ja, dann war der DHCP halt kaputt und auch neu starten hat nicht viel geholfen, weil die gleichen DHCP-Requests kamen immer noch. Also die Last hat halt nicht abgenommen. Und ja, dann war Legacy-IP kaputt und dann konnte man sehr schön beobachten, wie viele Mails reinkamen mit, ich kam nur noch auf Google und YouTube, aber der Rest geht nicht mehr. Und ja, genau. Jedenfalls, das war ein kleiner Einblick in unsere HA-Strukturen. Es gibt auch sehr viele mehr, die so auseinanderfallen, aber das waren nur so ein paar Highlights, vor allem mit denen ich auch viel zu tun hatte. Und ja, ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass es zu eurer Belustigung war. Ja, vielen Dank Jenny für den wirklich interessanten und zum Teil auch wirklich sehr lustigen Talk. Ja, next up, 19 Uhr, geht es weiter mit der nächsten Harriet-News-Show. Und um 20.15 Uhr stellt unsere gute Franca Battle of Render Engines vor. Dort schauen wir uns einmal verschiedene Render Engines an und wie Material dort unterschiedlich gerendert wird. Viel Spaß dabei. Ja. Ja.